In dem knapp 15-jährigen Bestehen der Weimarer Republik gab es 13 unterschiedliche Männer, die Reichskanzler waren. Einige hatten sogar mehrere Amtszeiten. In diesem Video werdet ihr erfahren, wie jeder Einzelne von ihnen gestorben ist. Der Erste, der starb, war Friedrich Ebert. Dass dieser der Erste Reichspräsident der Weimarer Republik war, ist glaube ich den meisten bekannt. Er war jedoch auch vom 10. November 1918 bis zum 11. Februar 1919 der Erste Reichskanzler der Republik. Knapp sechs Jahre später, am 28. Februar 1925, starb er durch eine Blinddarmdurchbruch verursachte Bauchfellentzündung. Er wurde in seiner Heimatstadt Heidelberg auf dem Bergfriedhof beigesetzt. Ebert wurde gerade einmal 54 Jahre. Bis zu seinem Tod war er ein Grundpfeiler der Demokratie in der Weimarer Republik gewesen. Als nächstes starb der fünfte Reichskanzler, Konstantin Fehrenbach. Der Zentrumspolitiker, der vom 25. Juni 1920 bis zum 4. Mai 1921 Reichskanzler gewesen war, starb am 26. März 1926 an Altersschwäche. Fehrenbach wurde 74 Jahre alt. Er wurde in seiner Geburtsstadt Freiburg auf dem Hauptfriedhof in einem Ehrengrab beigesetzt. Als nächstes segnete Gustav Stresemann das Zeitliche. Der Mann, der im Krisenjahr 1923 von August bis November Reichskanzler gewesen war und danach seinem Land als Außenminister gedient hatte, hatte schon im Juli 1919 einen Herzinfarkt erlitten und litt außerdem an einer chronischen Stoffwechselkrankheit. Im August 1928 erlitt er wegen dieser chronischen Krankheit einen kleinen Schlaganfall. Trotzdem ging an seinem Amt als Außenminister weiterhin nach. Er unterzeichnete zum Beispiel noch den Young Plan, der deutsche Reparationszahlungen wegen des Ersten Weltkriegs festlegte. Als die politische Rechte daraufhin forderte, dass alle deutschen Unterzeichner dieses Vertrags wegen Landesverrat ins Zuchthaus gesteckt werden sollten, regte sich Stresemann so darüber auf, dass es wahrscheinlich ist, dass eben diese Aufregung zu seinen finalen Schlaganfällen und seinem finalen Herzinfarkt geführt hatte. Stresemann starb an den frühen Morgenstunden des 3. Oktober 1929. Er wurde mit einem Staatsbegreibnis geehrt, bei dem hunderttausende Menschen am Trauerzug teilnahmen. Stresemann wurde gerade einmal 50 Jahre. Der nächste tote Reichskanzler war der SPD-Politiker Hermann Müller. Dieser war einmal im Jahr 1920 und dann noch von 1928 bis 1930 im Amt. Nur kurz nach der zweiten Amtszeit verstarb er am 20. März 1931 an den Folgen einer Gallen-Nuppe. Nachdem Hindenburg einen Staatsakt zu Ehren Müllers abgelehnt hatte, wurde er von der SPD mit einem Trauerzug geehrt. An diesem nahmen 50.000 Menschen teil. Müller, der gerade einmal 55 wurde, liegt am Zentralfriedhof Friedrichsfelde in Berlin-Lichtenberg begraben. Als nächstes starb Wilhelm Kuno. Der parteilose Politiker, der von November 1922 bis August 1923 Reichskanzler gewesen war, starb kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten an den Folgen eines Herzinfarkts am 3. Januar 1933. Zum Zeitpunkt seines Todes war er 56 Jahre alt. Der Tod des nächsten Mannes auf dieser Liste ist definitiv der ungewöhnlichste von allen. Der letzte Reichskanzler, Kurt von Schleicher, wurde nämlich ermordet. Denn Hitler sah nach seiner Machtergreifung in Schleicher immer noch einen Rivalen. Am 30. Juni 1934 wurde deshalb sein Haus im Zuge des Römputschs von sechs SS-Männern gestürmt. Diese erschossen nicht nur Schleicher, sondern auch seine Ehefrau. Die Leichen der beiden wurden von der Gestapo beschlagnahmt und eingeäschert. Die Urne mit seinen angeblichen Überresten ruht heute am Parkfriedhof Lichterfelde. Die Tat wurde auch nach der Nazizeit nie vor Gericht gebracht, da man die Täter nicht identifizieren konnte. Schleicher wurde gerade einmal 52. Philipp Scheidemann starb als nächstes. Scheidemann war aus Angst vor dem Terror der Nazis nach Dänemark geflüchtet. Dort verfasste der Mann, der von Februar bis Juni 1919 Reichskanzler gewesen war, noch einige Exilschriften. Er starb letzten Endes, kurz nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, am 29. November 1939 an Altersschwäche. 1953 wurde Scheidemanns Asche von Kopenhagen nach Kassel überführt. Dort liegt er heute auf dem Hauptfriedhof in einem Ehrengrab begraben. Scheidemann wurde 74 Jahre alt. Einer der unbekannteren Reichskanzler, Gustav Bauer, starb knapp fünf Jahre später. Bauer war nach der Machtübergreifung der Nazis kurzzeitig verhaftet worden. Nachdem diese ihn wieder freiließen, zog er sich ins Privatleben zurück. Er starb letzten Endes, am 16. September 1944, an Altersschwäche. Auch er wurde 74 Jahre alt. Seine sterblichen Überreste ruhen auf dem evangelischen Friedhof der Gemeinde Glienicke-Nordbahn. Als nächstes besuchte der Sensenmann den Reichskanzler mit der längsten Amtszeit. Das war der Zentrumspolitiker Wilhelm Marx. Diese hatte, nachdem er in den Jahren 23 bis 24 und 26 bis 28 Reichskanzler gewesen war, sich bereits 1932 zur Ruhe gesetzt. Auch er zog sie in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur ins Privatleben zurück. Marx überlebte die Zeit der Diktatur sogar und starb mehr als ein Jahr nach dem Ende des Kriegs in Europa, am 5. August 1946, an Altersschwäche. Marx wurde 83 Jahre alt. Als nächstes starb der Zentrumspolitiker Josef Wirth. Dieser kehrte, nachdem er zu der Zeit des Nationalsozialismus im Exil gelebt hatte, in die BRD zurück. Dort beteiligte er sich weiter politisch und lehnte die Westintegration Adenauers ab. Er glaubte nämlich, dass die die Wiedervereinigung verhindern würde. Da aufgrund dessen sich immer wieder mit DDR-Vertretern traf und einmal sogar nach Moskau reiste, verwehrte die BRD ihm, obwohl er zwischen 1921 und 1922 Reichskanzler gewesen war, jegliche Rentenzahlung. Letzten Endes starb er an einem Herzversagen am 3. Januar 1956 in Freiburg. Dort legte er am Hauptfriedhof begraben. Zum Zeitpunkt seines Todes war er 76. Hans Luther war der nächste Reichskanzler, der starb. Der Mann, der von 1925 bis 1926 Reichskanzler gewesen war und unter den Nazis als Botschafter gedient hatte, starb am 11. Mai 1963 im Alter von 83 Jahren an Altersschwäche. Begraben wurde er am Stoffeller Friedhof in Düsseldorf. Franz von Papen, der Mann, der 1932 Reichskanzler gewesen war, starb als nächstes. Papen, ein Mann, der maßgeblich für Hitlers Aufstieg verantwortlich war und von 1933 bis 1934 sogar dessen Vizekanzler war, diente nach seiner Entmachtung den Nazis weiterhin als Diplomat. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in den Nürnberger Prozessen mit angeklagt. Jedoch wurde er dort von allen Anklagepunkten freigesprochen. Seine Versuche, sich danach noch politisch zu betätigen, scheiterten. Vor seinem Tod brachte er noch seine Autobiografie, Die Wahrheit einer Gasse, sowie ein anderes Buch vom Scheitern einer Demokratie heraus. Beide dieser Bücher gelten als historisch inkorrekt. Papen starb am 2. Mai 1969 an einer Lungenentzündung. Er liegt am Gemeindefriedhof Niederlimberg in Wallerfang begraben. Papen wurde 89 Jahre. Der letzte Reichskanzler, der starb, war Heinrich Brünning. Dieser war vor den Nazis in die USA geflüchtet. Dort verbrachte er auch, mit Ausnahme einer kurzen Rückkehr nach Deutschland, seinen Lebensabend. Auch seine Memoiren werden als sehr beschönend und historisch unglaubwürdig angesehen. Brünning wurde 84 Jahre und starb am 30. März 1970 in Vermont in den USA. Auch er starb an Altersschwäche. Begraben wurde er auf dem Zentralfriedhof Münster. So, das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal.